Die himmlische Intronisation des Lammes in der Braut Am 265. Tag der letzten 7 prophetischen Jahre wird beim Erschallen der 7. Posaune das Lamm Gottes im himmlischen Jerusalem intronisiert. Dort, in dieser reinen Braut Christi, dem himmlischen Zion gemäß Hebräer 12,22 fängt die himmlische Herrschaft über die neue Welt des Herrn und seines Messias an. Jesus Christus sitzt auf dem Thron des Gottvaters, der das Gegenbild des irdischen Thrones Satans ist. Die Regentschaft des Lammes über eine andere Welt beginnt. Offb. 12,10 Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Offb. 11,15 Und der siebente Engel posaunte, und es geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen, Das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offb. 12,15 Und sprachen, Wir danken dir, Herr, Gott, Allmächtiger, der ist und der war, dass du deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast. Offb. 22,1 Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Offb. 12,8 Offb. 13,8 Offb. 14,9